herzlich willkommen zurück zu kein box hero in der zweiten folge ich habe es jetzt mal ein bisschen laufen lassen wie man vielleicht sieht und jetzt bauen wir unsere zwei typisch mal voll aus aber die zwei kommen halt einfach nicht hinterher meine zwei coin collector also kommt ein dritter an los meine coin kollektoren es läuft jetzt schon wesentlich besser wo ist meine maus hier ist meine maus so wenn wir jetzt auch noch dran schießen leute wir kommen immer noch ans maximum leider das ist blöd wir brauchen noch mehr coin mitarbeiter erst recht wenn ich mich hier so hinstellen hier so jetzt sind wir extrem schnell dran ich glaube ich stelle jetzt so lange worker ein bis es schaffen ihn meinen einen typ wieder zu besiegen okay ich darf nicht scrollen er kann ich scrollen noch ein worker ich glaube so läuft das jetzt ganz gut ich würde sagen wir stellen uns jetzt noch mal ein mit maschinengewehr an oder ich helfe mit stelle mich aber wieder drunter wir haben mal das kein maximum wir holen mal kurz das coin maximum und dann leute dann jetzt geht es rund leute guckt euch das an da bekommst erst mal das schon mal ja du kannst von mir aus erst mal jumpen das ist mir jetzt laden das ist mir jetzt gerade erst mal laden du kriegst gleich maschinengewehr ich muss nur kurz sparen ich muss nur ganz kurz sparen so gleich bekommst du mein maschinengewehr okay was max wer oh no oh no okay Leute schaut euch das an okay wir haben maximale Werkeanzahl erreicht das finde ich schade ich glaube wir bauen uns selber mal komplett aus wir sind auch noch zu langsam dann schießen wir auch noch mal drauf los geht's Feuer frei ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich sollte die anderen auch mal mit Maschinengewehre ausstatten ich bin mir nämlich nicht sicher was eigentlich genau das Ziel ist wenn wir eine Million zusammengespart haben können wir den Nuke zünden ähm ja dann können wir den Nuke zünden wollen wir das? ich weiß es nicht ich glaube vier das passt oh Leute schaut euch das an das Spiel wo bin ich? oh nein das Spiel leckt oh nein oh nein wir haben das Spiel zum Abstützen gebracht wir haben das Spiel zum Abstützen gebracht oh okay ähm kann ich noch irgendwie kann ich hier irgendwie in den Shop rein oh danke okay ähm okay du machst das na das ist blöd du machst äh doch komm mach du den und du machst auch den guck mal sammle mal die ganzen Münzen ein das funktioniert das funktioniert sonst gar nicht okay so dann sparen wir mal okay wir haben das Spiel zum Abstützen gebracht das ist auch ähm na genau zielen so das ist auch mal was Neues so dann sparen wir mal kurz auf die Millionen ja komm schon komm schon komm schon die Musik die macht mich echt fertig die Musik macht mich fertig so da komm schon komm schon komm schon das kriegen wir hin Leute das kriegen wir hin gleich haben wir die Hälfte so gleich haben wir die Hälfte gleich haben wir die Hälfte Leute Hälfte erreicht okay warte mal kurz äh wo bin ich hier bin ich kann ich dich nicht auch zu den hier wäre dummer Collector und du hier wirst auch mal zum Collector sammelt mal ein okay los sammelt das ist weniger viel weniger okay ähm hopp auf geht's dann machen wir machen wir mal mit drei kriegen wir so das Spiel zum abstürzen nein okay das ist gut wenn wir es nicht zum abstürzen bringen ist alles super oh so geht's glaube ich schneller sogar Leute seht ihr diesen Coin Regen ein ganz normaler Tag bei uns 100.000 noch und dann zünden wir eine Nuke dann machen wir alle zu workern dass hier nichts mehr schießt sammeln alles ein und dann zünden wir die Nuke es gibt hier sogar einen Walkthrough zu dem Game interessant für was braucht man hier einen Walkthrough egal zack 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 bam 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 so gleich haben wir das Geld Leute gleich haben wir das Geld warum Pause spinnst du warum warum drückt der auf Pause von alleine spinnt der und okay es hängt schon wieder okay du da Collector 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 sammeln alles ein okay Spacebar ähm okay Feuer okay 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 wir haben den Kölnblock zerstört glaube ich oh was passiert hier ah entwetzt ist alles klar wir haben das Nierenkalt geboren oh nein oh nein was haben wir getan was haben wir getan na gut das war's wir loggen uns hier nicht ein dann ich sag tschüss bis zum nächsten mal Leute tschulü